Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem Mega-Pack der Bundesliga Magitex 2020 21 Trading Cards von Topps. Und damit hallo zu diesem neuen Collectors Video, indem wir uns heute mal ein Produkt aus der aktuellen Bundesliga Magitex Kollektion von Topps anschauen wollen. Über das ich in den vergangenen Tagen im Handel gestolpert bin und das ist das sogenannte Mega-Pack. Ein Produkt, was zum Erscheinen der Kollektion noch nicht gab, sondern was Topps erst nachträglich in diesem Monat in die Produktrange zu dieser Bundesliga Magitex Kollektion aufgenommen hat. Optisch und inhaltlich bewegt sich das Ganze sehr nah am Multi-Pack. Der markanteste und offensichtlichste Unterschied ist, dass hier ein Booster mehr enthalten ist. Wir haben also insgesamt 30 statt 25 Karten und dementsprechend kostet dieses Mega-Pack mit 5,99 Euro genau 1 Euro mehr als das Multi-Pack. Wie nah das Ganze am Multi-Pack ist, sieht man auch daran, dass Topps hier die Sky Sport-Aktion mit den zwei Multi-Packs kaufen und ein Sky Sport-Ticket erhalten integriert hat. Also beschränkt sich dieser Unterschied wohl tatsächlich nur auf diesen einen Booster mehr und dass wir hier hauptsächlich gelbe Farbe im Einsatz haben, statt der grünen Farbe wie beim Multi-Pack. So sieht das Ganze von hinten aus und jetzt holen wir mal unsere Booster aus der Verpackung raus. Und auch was die Limited Edition Cards betrifft, sollen laut Angabe von Topps hier genau die gleichen Limited Edition Cards wie im Multi-Pack enthalten sein. Ob das so ist, werden wir natürlich jetzt mal überprüfen. So, nachdem ihr nochmal den vollständigen Blick auf die enthaltene Pappe genießen konntet, packen wir die jetzt auch mal zur Seite, um Platz für unsere Karten aus den Boostern zu haben. Und dann beginnen wir mal mit unserem allerersten Booster mit fünf Karten der Bundesliga-Magitex-Kollektion. Wer übrigens die App spielt, darf sich hier gerne am Code bedienen. Und dann schauen wir mal, wie wir in diesem Päckchen finden. Schimmer von Heidenheim macht den Anfang. Dann haben wir Edmilchson-Fernandes von Mainz, Renato Steffen von Wolfsburg, Manuel Neuer von den Bayern und als Special-Karte die Starspieler-Karte von Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Na, das geht doch schon mal ganz gut los. Schauen wir mal, was der zweite Booster für uns bereithält. Genki Haraguchi macht er den Anfang von Hannover 96. Dann haben wir Darida von der Hertha. Plea von Gladbach. Die Dauerbrenner-Karte von Davi Klaassen von Werner Bremen. Und darunter finden wir noch eine Bundesliga-Legende mit Bumkunschar von Eintracht Frankfurt. So, Booster Nummer drei. Beginnt mit Kaleitsitsch vom VfB Stuttgart. Dann haben wir Christopher Trimmel von Union Berlin. Martin Hinteregger von der Eintracht aus Frankfurt. Leon Bailey für Leverkusen. Und nochmal Eintracht Frankfurt mit André Silva als Starspieler. So, nächster Booster beginnt mit Elvedi von Regensburg. Dann haben wir Jabo von Bielefeld. Schwolo für die Hertha. Zakaria für Gladbach. Und Max Kruse als Starspieler von Union Berlin. So, letztes normales Päckchen, bevor wir dann zu dem mit der limitierten Karte kommen. Beginnt mit Robin Knoche von Union Berlin. Dann haben wir Zuber von der Eintracht aus Frankfurt. Sven Bender für Leverkusen. Pascal Stenzel als Dauerbrenner von Stuttgart. Und unsere erste Matchwinner-Karte mit Sarif Sané von Schalke 04. So, und dann kommt unser Booster mit der Limited Edition Card. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir nicht zu viel verraten. Beginnen mit Teuchert von Union Berlin. Dann haben wir Ozan Kabak von Schalke. Bellarabi von Leverkusen. Das Wappen des FC Bayern München mit diesem wunderbaren Holo-Hintergrund. Und als Limited Edition Card Suat Serda von Schalke 04. Und das ist die LE Nummer 4. So, und von daher stimmt die Aussage von Topps, dass in diesen Mega-Multipacks genau die gleichen Limited Edition Cards wie in den Multipacks enthalten sind. Von daher macht das Produkt für mich nur begrenzt Sinn. Denn mit dem normalen Multipack bekommt ihr ja bereits für 5 Euro eine Limited Edition Card. Und hier müsst ihr für genau die gleichen Limited Edition Cards 1 Euro mehr ausgeben. Bei dem Produkt gewinnt am Ende also nur Topps. Und nachdem es diese 6 Booster, Multipacks und Blister ja schon bei der UEFA Champions League Magitex Kollektion gibt, macht das so ein bisschen den Eindruck, als würde man bei Topps testen, ob dieses Produkt mit 6 Boostern auch von den Bundesliga-Sammlern angenommen wird. Ich persönlich würde, solange es sie gibt, weiter zu den normalen Multipacks greifen, bis man die 3 Limited Editions komplett hat. Und danach macht es dann sicherlich Sinn, erstmal auf die anderen Produkte auszuweichen, die ja auch noch zahlreiche Limited Editions aus dieser Kollektion bereithalten. Ja, das ist also das Mega-Pack zur aktuellen Bundesliga-Magitex-Kollektion von Topps. Seit Mitte diesen Monats, wie gesagt, im Pressehandel erhältlich. Und was ihr von dem Produkt haltet, das dürft ihr jetzt gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich zum Abschluss natürlich auch noch freuen, wenn ihr noch ein Däumchen nach oben für dieses Video da lasst. Und wer ihr noch nicht regelmäßig dabei ist, künftig aber nichts auf diesem Kanal verpassen möchte, sichert sich am besten jetzt noch schnell eins der kostenlosen Kanal-Abos und bleibt damit dann stets auf dem Laufenden. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!